yo leute was geht und herzlich willkommen zurück bei alice madness returns und wir chillen hier gerade irgendwo in nähe eines gartens vermutlich oder ein labyrinth ich weiß nicht wir checken mal eben die lage hier und es sieht nach aus ok ich mache die alte faustregel immer an der rechten wand bleiben da läuft das eigentlich egal ob wir da irgendwas verpassen oder nicht und wie man auch sehen kann denn das stecken fährt auf maximaler stufe es ist jetzt eine art einhorn total geil läuft auf jeden fall bei uns also wieso immer noch die rote königin und wir lernen und sie aber auf jeden fall deutlich weil wir sind ja jetzt quasi schon so im vorgarten im schloss garten würde ich meinen dahinter kommt ja dann immer so der könig mal gucken ob das hier auch so ist hier ist schon mal nicht der richtige way okay oh alter schein ich nicht okay okay alter okay okay jedes viel lebt noch wenn es mich roll so jetzt aber oh mein gott okay ach scheiße ich werde erst mal das ding hier wegkriegen sagt sonst was ich habe jetzt nicht angekriegt aua ordentlich ins fleisch so wir haben aber jetzt ein bisschen einbüßen müssen na na cool so ich vermute mal das war einfach der richtige weg deswegen gehen wir jetzt auch weiter oh oh ja klasse kann der sich nicht mal irgendwie vergoogeln oder sowas der ätz zu krass ich würde ihn ja einfach gern besiegen aber das geht ja nicht ist ja das witzige oh geil den kuchen iss mich muss iss ihn und rastet sie aus ist bloßer ha 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 egal so muss das liebe freunde ne oha alter das bockt als riesen kann er es mit stampfen oder schmettern angreifen greifen hat sich die törme der königin an um ihr herz freizulegen reise schloss dort im weg sind ein oha ok alter das bockt ja alles kaputt hier spicer schön wie wir lang joh genau alter ist das geil das feier ich zack so hier kann man ja jetzt drauf scheißen aber ein könig wie es aussah war auf jeden fall eine goldner was machen die tentakel hier das frage ich mich die ganze zeit schon was ist eine mega die armee würde ich gern so besiegen normalen modus 8 weg damit wir werden auch von irgendwas beschossen keine ahnung von was scheinbar kann ohne alter so ein torm ist gemeint boah ist das freudig ist das nicht noch kaputt ok alter das finde ich voll cool einfach alles niedermachen und die armeen von den kleinen viechern zack ja das kann irgendwie nicht viel zu sagen außer dass es einfach nur echt cool ist und wir vermutlich bald bei der roten königin sind wenn wir jetzt hier schon so abgehen ich weiß nicht wie ich den turm ausweichen soll oder wie ich die absahnen soll so jetzt machen wir den turmini da ist das sauren oder wie ist das ein paar jahr der ringe wenn dieser turm echt die rote königin ist würde ich es aber relativ enttäuschend finden was soll ich sagen müssen wir alles kaputt machen ööö ist verknapp das ist eigentlich die chance heranzugehen so letzte herz wie es aussieht hä ja jawohl höll nicht rum sei kein weib bitch so jetzt checken wir da oben die lage was da so abgeht und will von meiner gast werden so wird vorhelfen hast gib ihn auf und lass ab boah alter ab sie gibt die hefte daneben krank auch wieder schön klein zu sein auch wieder schön klein zu sein ok auch wieder schön klein zu sein wo alter das auge krank seine hand war schleimig alles wie ein anders der isis und er ist der name bombi wenn er jemals seinen abschluss schafft muss ich seine abendvisite noch sehr verbessern ok das kann man jetzt verstehen wie man möchte aber ich denke das war ziemlich pervers grad auch weiter warum was das geht denn hier jetzt grad schon wieder steil eigentlich alter dieses spiel names blausherz cool auf jeden fall aber juck mich nicht schlagen auch noch alter krank ab total nice ähm so ein eingang nope hab ich kein bock drauf wo ging es jetzt hier raus hier ok eiserchen einsammeln ach der herzschlag immer das ist voll krass das ist jetzt die magensäure oder wie oder was ok oh nein alter er kommt das wieder hoch jetzt ja dann ich weiß ich weiß aber jetzt doch ich weiß er war knapp egal so ich bin jetzt wieder der buster der an den ungünstigsten stellen aufhört denn die zeit ist gekommen ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis zum nächsten mal und